GOTTO MEIN 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 GOTTO ALT Weshalb hat er jetzt so ausgerastet was er nach vorne ist? Gnatt, haun! Steht da, wenn ich euch heil? Nee, wir sind nur grünen Dampf Ja, wo kann ich denn grünen? Ist wohl auch daran, dass du still bist Wann hin! Alter, wo sind denn die hin? Es ist kein Meint viel da schien auf einmal gefiltert ob ich so weit das mit der abgustig durchleuchert bis ans Ende der Karte abdreht das wusste ich schon die Ambus geht ja auch durch das sind die auch nur Lebkuchen hier oben liegt eine Wollpuppe ja, sieh, ich bin auch schon ein Ziel ach, da scheiß sie hiervon aus wir sind da noch ein fünft ich bekomme, dass ich gar nicht auf dem Storker jetzt will, bei euch sollte ich euch mal sterben machen so schlimm stirbst, Greg ich sterb aber da we tun ganz tolle we tun ich spiel mich grad das ist dein Leben von euch so viel, das halte ich mich auch super die die weil grad die Luft anhalten ich hab echt zuviel Züge ich hab echt zuviel Züge nicht klasse, das geht wirklich, wenn du schreit verdammt wenn du schiffst, rückst, dann gehst du weg Niklas heult, dass ich im Nacktraum die meisten Gegner wegschnappe er ist erster ja, weil ich eben weißt, wie viel ich eben durchlöchert habe ich hab da eben fünf Gegner oder so mit einem Fall getötet ich wollt die alle killen und du kommst da an und jetzt die die ganze Zeit weggekillt ja nein, nicht du ja, das ist sowieso der Schlechteste als du kennst ja, weil auch hier du Penner bei mir kam ja gar keine Leute zu sagen verdammt 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 ja, da bin ich toll will sie Geld haben? ey, ich habe einen Punkt ja, ich habe hier ähm, als die die hälfte ich so glaube ich nicht gar nicht ich kann kein Geld geben ich hab nur 2358 ich hab nur 2358 ich kann euch kein Geld geben Wir sind viel zu arm, wir haben uns wieder hier Ey, Jo, du weißt, dass man Geld kriegt, indem man da andere Leute healt Wir haben uns wieder hier, also ich hab nichts Okay, Trainer, niemand kommt hier, warum? Ähm, wie mein Johannes jetzt? Nein Johannes ist beleidigt Johannes wird schon noch weg Man hört zwar das Tasten kloppen, aber egal Johannes ist jetzt Emo Ernsthaft Johannes, warum sagst du denn nix? Nicht meine Schwester Oh, wow Das ist sozial Oh, Kevin Ich will seine Schwester nicht zulagern Oh, wer hat mir denn was geschickt? Nein, die ist so weit entfernt, der kann nicht sein Das ist das Wo? Ja Oh 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 Oh, von mir lebt Das ist so episch Ja, ich krieg hier keine Kills Ja, ich krieg hier keine Kills, weil Kevin hier die immer weg nimmt Ey, ich bin gar nicht mal in deiner Nähe Natürlich, eben brauchst du mir die ganze Zeit die Kills wegkommen Hey Leute! Was willst du? Was willst du? Ey, habt ihr eigentlich die ungekürzte Left von der 2 Fassung? Ey, wie ungekürzt Es gibt die gekürzte Version Das ist das Kreis Monster Kack Wie? Achso Kack Und ich habe die Kack Äh, an Kack Ich hab, ey, ich hab Kack Ich hab, ey, ich hab Kack Nicht, dass hinter dir ist, so ein Fies Äh, die Ich hab nur Gas auf Ich hab Kack, Bessio Äh, weißt du, Bessio Ich trage die Armbrust Das ist doch cool Ja Ja Nein, du ziehst, du ziehst, du holst so ein Teil Äh, man Das war lustig Ich bliebe es in Zeitlupe die beiden Handcannons, das sieht so lol aus Jo, doppelte Zeit, ey, da rein, 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 da rein Mach ich die ganze Zeit, wie ich im Nack-Affekt hab und jedes Mal den Kopf abgeschlagen hab Instant lucky, boys Komm her, du Lebkuchenmann Lol, er hat gesagt, ey Bekommt er tatsächlich Geld damit Jetzt hab ich den Satz vergessen Oh nein, ich hab Leben verloren Ach was, echt? Aber ich weiß nicht, was mir noch funktioniert Ach ja, you can touch me, hat gerade der Lebkuchenmann gesagt Ach, Niklas und ich haben die gleiche Anzahl, wir bleiben hier, okay Hast du schon die Arme, Wolf? Was, nein, aber ich kann sie mir kaufen Die haben 14 Kann ich mir auch schon kaufen, weil sie zu viel Geld haben Ja, dann nehm die haben 14 Ja, wieso? Ich nehm die Armebrust Ich muss erstmal was unterhören Die Armebrust hat neun Blöcke Ich habe... Ey, wo stimmt der denn, wo steht denn das? Na, komm, Waffnase in der Fall Die Lachtung steht unten Jetzt ist das schon die letzte Runde Ich darf springen runter Ich darf springen, wir bleiben jetzt hier in diesem Raum, okay? Komisch Ich darf springen runter Ich darf springen runter Der Pfeil hätte sie getroffen Ein Pfeil kostet 15 Dollar Tja, dann bin ich nicht so dumm wie du Jodo kannst mir nochmal abknappen Man, wie sich das anschört, ey Ja, er knallt Ja, letzte Welle Naja, vorletzter Da kommt ja noch der Partie Ja Ich glaube, ich darf springen runter Oh mein Gott Hier sind zwei Feuerfüche und zwei Nutt-Haus Hier unten, hier unten Niiiih consumi Niiiih 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 Und eine ist voll übel Die Nutt-Huhr die weil ich brauche den die Kampfer wir denken es wird davon geworden hat da ich weiß es nicht ob man davon und es ist dann nicht schon wieder man ja auch nicht auch keine die die immer mehr ja aber trotzdem ist das langweilig man kann hier trotzdem trainieren auch wenn es nur ein netziger der bei der aus Trotzdem ist es total scheiße, was du willst. Gleich alles mit Pipe-Bombs. Nein. Ich bin nicht dem mit Dingen den Fanatenwerfer. Ich glaube, den kaufe ich hier auch. Kann ich hier auch holen. Kostet 2500. Ronald, den Bloody Nosed Rain hier habe ich geholt. Habe ich gekriegt gerade. Wer benutzen kann, wer war? Eieaa. Ja, das war die Stadt, wo in Erinnerung eine Verbesserung kam. Uh, der Patriarch kommt, ey. Ich den Film gemacht. Also ganz ehrlich, wir können wirklich verlieren. Man kann gegen ihn verlieren. Ich bin einfach gut. Aber dich auf ein Stück kann man gegen ihn verlieren, wenn man extrem schlecht ist. Wenn es schlecht ist, oder durch die Stimmung kein Glück hat. Hier, Johannes, ich hab dich geheilt. Ich bin nicht für ihn, Dave. Ich bin nicht für einen 5 Schatten mit Granatenwerfer. Lass mich hier oben drin bleiben, okay? Bremsen wir auf. Sag mal, du bist. ist ein weiter konnte ich jetzt hier noch mal weil ich gerade an einem erledigen jaja den 1 jetzt schlägt an den guten ach so ja Leute ich hatte aber schon mal noch mehr Waffen zweimal zu entfüßtelnd ja ich auch aber ein Prozent auch irgendeine Waffe und mehr an wie ich mein wacht wechsel du bist so ein schmuggel ganz ehrlich ich weiß auch nicht was daran schwul ist ich bin so kleiner du bist so ein kleiner steck ja nee der steht ganz draußen da unten oh da liegt ne Axt aber wir bleiben hier trotzdem ich weiß wo er durch kommt auf jeden Fall kommen da und durch für jeden vor weil jetzt muss die Tür vom Händler zu geht das nicht was ist denn der Junge so wird die Tür aufschweißen warum das war es nicht langweilig eine kam nicht irgendwie ja dann weiß ich von wo er kommt ja dann weiß ich von wo er kommt wie viel Geld hast du überhaupt gehabt habe ich aber 1 2 3 4 1 2 3 4 da ich bin ja schon vorhin welche ich kann aber den Pfeifen von 1.500 wenn du 1.200 gehabt hast da kommt er 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 kommt wir sind alle gestorben er kommt er kommt er kommt er kommt er kommt er hat Prozent Besuchte auch wenn ihr auch macht was bedrückt hat die Geistmodus und dann könnt ihr ja die Menschen vor Ort weiß ich nicht, 26 Gegner sind noch 5,2 oder einer unter denen gehörte ja nein das ist ein Problem das war so arg das war ein schlechtes Let's Play aber scheiß drauf ist es auch ein Let's Play also kauft euch Killing Floor, das eventuell noch bis nächsten Monat irgendwann spockt sich tschüss und viel Spaß noch